hallo leute und herzlich willkommen zu einem sehr lang erwarteten video ich weiß oder beziehungsweise ich hoffe die qualität ist nicht so schlecht wie ich denke oder wie ich erwarte weil ich nehme das video gerade mit meinem handy auf ihr fragt euch sicher warum oder es ist mehrmals die frage aufkommen warum so lange kein video mehr gekommen ist und zwar liegt ich sage euch ganz echt die antwort es liegt einfach daran dass ich momentan keine überhaupt keine motivation finde irgendwelche livestreams videos whatever zu posten das ding ist halt wenn ich von der arbeit heimkommt bin ich momentan so müde dass ich wirklich bock habe auf einfach nur noch chillen und verstehe nämlich echt nicht falsch mir macht es eigentlich echt spaß livestreams aufzunehmen und mit euch so ein bisschen abzuhängen aber allein die motivation zu bekommen obs zu öffnen und ein livestream zu starten wie gesagt ich weiß nicht ob jetzt noch videos kommen werden in einem sehr unregelmäßigen zeitraum livestreams auf jeden fall erstmal nicht bis ich meine motivation wiederfind und ja ich hoffe ihr könnt es verstehen und danke nochmal dass ihr eure support für mich beibehaltet mit den 102 abos echt krass ja and now for my one for my first english guest here on the channel thank you for staying at me at my channel and having wie sagt man das and didn't can and don't cancel the support on my channel um i'm really thankful for that and i hope you will accept that that i'm at the moment i have no motivation to do any livestreams or videos or whatever maybe there will be one or two videos in different time times but i can promise that right now so please stay tuned i will post a notification on my youtube channel if i'm if i'm feeling able again to live stream or post videos and yeah have a great evening have a great weekend and see you soon hopefully jetzt nochmal auf deutsch danke wie gesagt dass ihr mir die treue gehalten habt und ich werde eine meldung rausschicken wenn ich wieder mich wie sage ich das wenn ich mich wieder bereit für live zu streamen oder videos hochzuladen beziehungsweise videos seht ihr ja und ja dann würde ich sagen ein letztes mal für unbestimmte zeit dieses auto auf dem kanal ciao mit wow und habt einen schönen tag oder abend